ja ich hab schon an also hallo herzlich willkommen pharo auch sie wir haben lust nein ich hab mich im harten so die hat zwei minuten schutzteilt der bau doch nicht die gleiche art nee du brauchst den oben ab ich hab getrolt ja passt kraftos darf ja Hier. Hier, Brocke. Danke. Komm. Rechts in Kühl, Pension. Ja, aber ich will nicht zu Nick und so. Ja, es ist doch eh noch ne Minute Schutzzeit. Aber trotzdem. Ich meine, wir spielen Full-Land Schwavo. Ja. Da sind welche? Wo ist die Regel? Lass mal längst ein. Komm mal. Zocoro. Kühl. Hol's hier, hol's hier, hol's hier. Oh, du hast schon gar keinen. Ja, mach es. Sechs Stück. Geil, sechs. Ja, natürlich gibt's nur Kühe. Was erwarte ich von Full-Land Schwavo. Ja, aber es gibt keine Dörfer. Ja. Also. So ein bisschen Würgen. Ja, er fällt gerade aus. Ja, okay. Ich hole hier gerade noch Kühe. Ich zähl dich, ich zähl dich. Hast du, wie die Zeit geht, lange davon weiter? Ja, 30 Sekunden werden's gerade noch. Ich sag jetzt noch so zehn. Ja. Zehn, fünfzehn. Also man sieht ja im Score-Beurteil, 13 Minuten. Ach so. Also ich weiß nicht, ich glaub es macht Sinn. Ja, also ich glaub Food-Probleme würdest du dir aber auch nicht geben. Ja. Äh, der Schützer ist vorbei. Ups. Äh, längst warf ich. Ich komm. Alter. Ah, das hat er gerade aus. Ja, nochmal Kühe. Hat den Gold, deshalb xx. Zack. Wow. Ich glaub das hat xx. Schamher. Ich hab aber Kruft hieß an Fall, der wirst du gestorben. Würde mir stinken. Oh. Irgendwie viele Kühe sind denn hier bitte? Ich brauche mir noch einen Sumpf. Ja. Lass mal nach links. Alright. Auf, checken für Pfeil ist gut. Mhm. Egal. Rumba, Zumba und eh, der Militauer haben Krills. Also relaxe. Ja. Das ist nicht so gut. Und man hat den. Höchst den Wegel hat Eddie. Die waren rechts von uns. Vielleicht können wir da mal schauen. Da unten so ein Flöcke. Wo? Da unten. Na dann lass mal weintens. Das heißt da hat jemand entweder einen. Zum Muten gebraucht oder hat jemand gefaltet. Ich hab. Ich hab nix gegen einen. Fight an sich. Ich auch nicht. Mal weiß, dass wir beide zwei sehr gute Spiele sind. Hm. Ja. Okay. Beim Berg, Digga. Ja. Die haben das so selbst gefaltet. Wow. Ach da hinten. Wo? Tobias. Der hat gar nen Kill gemacht. Ja. Der ist sehr schlau. Ist er noch Stodo? Oder der Mail? Ich glaub, der Mail ist tot. Sie schnell zwei Hits. Danke Chris. Wer ist das Chris? Toffer. Jaja, das war Andy Chris. Ah. Cool. Eher ein Mann. Oh nein. Ja, wer weiß nicht. Lohnt sich das? Du bist ein Komischer. Ja, Bro. Er ist halt elf. Bruder, ich sag, das lohnt sich nicht? Er sagt, das lohnt sich. Warte mal. Geh von rechts. Hier rechts kann man gut hoch. Er läuft eh weiter. Jaja. Der hat gemerkt, dass es hier gut hochgeht. Keine Ahnung. Das ist irgendwie dumm. Ja, Bro. Er ist noch nicht so weit entwickelt. Ich hab Fallschaden getakt. Hab's mitbekommen. Ich fuhl nochmal. Der Zulu sagt nein. Ich kann doch ja voll damit sterben. Wir haben ihn gerade noch geedit, die geile Sache. Aber... Er hat mehr gutes Food als wir, eh? Weil er einen Kick gemacht hat. Ja. Aua. Sehst du überhaupt Sugarcane so? Nö. Ist das ein Wirtshaus? Junge, was hängt dir bitte so sehr an, Full-End-Swaro? Äh, ich bin Teammitglied und ich war das... Ich hab mit dir warum mein erster... Ich mein Tobias! Achso. Entschuldigung. Fude. Boah, wie viel Glück hat er? Keine Ahnung, er ist komisch. Ich glaube, er will ja einfach nicht sterben. An uns. Ab nix. Ich seh ihn nicht mehr. Doch da, doch da oben. Ach doch. Kommt gleich gleich da. Er baut ab. Was? Ja, er schlägt einfach in die Luft. Er hat sich so eine kleine Area gebaut. Warte, geh mal längs. Das ist einfach jetzt hier so. Er schlägt runter. Ich glaube, er kommt gleich runter. Er steht halt oben an der Kante. Ab einen Head. Er läuft. Ja. Ja. Penetraben. Ja. Er bekommt gleich nen Hit. Ja. Er bekommt gleich nen Hit. Komm. Warte, ich hab geschissen. Aber weiß nicht, ob wir die ganze Folge jetzt hier verschwenden wollen, dem hinterher zu jagen. Ja, das ist ein ganz komisches Opferkind. Das ist ein ganz komisches Opferkind. Nein, den Kill will ich jetzt eigentlich verraten. Also halt. Ja, ich auch. Den Gefallen will ich ihm jetzt nicht tun. Nein, ich glaube, er hat nur noch ein normales Food, weil er hat ja die ganze normales Food in der Hand. Wenn das so wäre. Hier liegt Food. Also Leder. Mhm. Ich glaube, er läuft Spawn. Er will wirklich 1000 Blöcke noch laufen. Hier sind... Ah! Oh mein Gott! Hier wurde mein Dorfblatt gemacht. Sehr geil. Ich hab geschissen. Ah Bruder, ich hab kein Lust mehr. Ich denke, ich darf nicht. Weil er halt wirklich komisch ist. Ja. Er läuft halt Spawn, ne? Nee, loslassen, oder? Ja. Ähm, was sollen wir? Ja, müssen wir. Ja, komm. Ganz, ganz komisch. Wirklich? Bist du? Hallo. Er hängt es irgendwie schon seit 2.20 an dem Stil. Ich glaube, es ist seit 2.20... 2.20 war der halb 10. Ja, das war der Achtiger. Ja. 8.7 oder so. Ja, Mann. Kann sich da nichts... Also man probiert sich da nicht zusammen rein, was da alles schief gelaufen ist. Ist einiges schief gelaufen. Ah, da hinten ist ein Sumpf. Ja, er ist halt relativ wie ein Nachspawner. Ich glaube, der ist schon looted. Ja, vielleicht könnten wir wählen. Dann ist ich wegrennt. Ja. Ah, hier sind Böcke. Ich meine, ich muss vielleicht mal ein neues Schwert machen. Ja. Äh, Apfel? Nah, das. Ja. 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 Ja, hier ist ein Kf. Ich mach kurz. Ja. Ich schau einfach schon mal weiter nach Zuckere. Ja, noch eins, dass irgendwie Tobias uns so verfolgt hat und gleich so backsteppt. Ja, keine Ahnung. Bei diesem Lopferkind könnte ich es mir ja nicht vorstellen. Äh, ich glaube bei mir ist wer. Wo? Äh... Von rechts. Ne, ne. Das sehen wir uns safe. Doch. Ja, komm, geht drauf. Hol den rechten. Warte jetzt. Same. Meiner auch. Meiner hat noch voll damage getakt. Hab ihn. Geflawless. Nice, cool. Pass auf, dass er cheat ist. Ja, ich weiß. Bin gleich da. Er ist Boden. Also Spaß, ich lieb dich, Paul. Aber ne? Bei dir was man nie. Hab mit. BITTE SLIME! 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 Der Gott, Digga! Oh mein Gott! Der Slime geht auf mich. Der Slime hat dich gefickt. Ups. Ne Bitch! Die Bitch hat ihn auch noch! Ehrlich? Geil, Digga. Ja, mit irgendwas. Ich weiß aber nicht, mit was. Digga! Er wird ja so gehaltet. Oh, ich muss fooden. Und er hat, er hat halt Dinger, ne? Ja. Aber ich hab gar nicht gutes Movement. Ich nicht. Er hat das gefällt mit ihm auch noch, Digga. Er wird von allen Seiten gefickt. Ey, Paul, aber bitte lauf, ne. Ich mein, geile, ich lieb dich doch. Aber er hatte eigentlich keine Zeit, kein zu ranken. Ja. Hol' ich dir. Schön. Ab ihn. Let's go. W. Ich zückere. Hab acht. Ich hab zehn. Nice. Hat gar nicht so viel gepaart. Was? Außer, dass wir jetzt Kills haben. Das macht mich dann schon wieder glücklich. Ja, das ist doch sehr geil. Und wir haben wieder ein bisschen mehr gepasst. Und wir haben wieder ein bisschen mehr gepasst. Dann ist zuckerbar. Dann gehen wir da hin. Es hat doch was gebracht. Ja, wir sind in eine gute Richtung gelaufen. Ja. Oh, und jetzt hab ich auch Dinger. Ne, die Pads. Ne, die Pads. Dann sind noch mal Kür. Ja. Ja. Wär so gutes Team. Ich hab jetzt 90 Leder. Nice. Ich hab 31. Passt du dir. Ha. Hammer. Nach einer Minute haben wir. Tobias hat zwei Kills. Vielleicht hat er deswegen so geswertet. Weil er so Bock hat dieses Ware noch zu gewinnen. Er ist gut sogar. Boah. Sehr W. Da rechts ist auch noch ultra viel. Und vorne ja überall. Ab jetzt. Hier ist gut. Hier können wir gut. Ich gehe. Ja, ja. Geh einfach aus. Wir können danach noch rechts gehen. Rechts ist auch noch ultra viel. Ja. Erstmal hier alles abwärmen. 1,000 look at. Wow. Ich denke, hab ich wieder Us sind das. Okay, ne. Sehr, danke. Ich glaube, hier sehe ich nichts mehr. Wir gehen dann erst noch rechts lang. Ja, warte kurz. Wir holen Richtung Norden noch was. Da ist auch noch ein bisschen was. Ja, jetzt sehe ich. Ja, und danach gehen wir dann rechts lang. Können wir eigentlich da gleich am Ufer lang latschen. Ja. Ja. Ist da hier noch irgendwas? Ja, rechts von dir ist noch was. Ja, ja, das habe ich gesehen. Ja, aber ich habe geschaut, ob da noch irgendwas ist. Achso. Ich habe noch OP. Okay. Du holst das. Ja, ich schaue einfach mal jetzt bei dem Ufer noch. Beim Sumpf. Jo. Wir müssen keine neuen Schweren kwerfen. Ja, ich sehe da hinten noch mal. Da hinten ist... Boah, hier ist Fett hier. Ja, ja, ich sehe es. Ich sehe es. Geil, Alter, geil. Ja, ja. Ja, ja. Direkt wird schon. Ja, safe. Das ist doch eine Aufnahme, ja. Das...